So Leute, jetzt sind wir heute wieder da, wir sind im Kapitel 24 mittlerweile angekommen, die Brücke, und ich hoffe euch macht es genauso Spaß, vor allem die Szenen, wo ich mich erschrecke, also ich kann, wenn es passiert, ich hasse das ja, haut ein Abo rein, macht ein Like, und unterstützt das ganze Programm, auch morgen, übermorgen, soweit. Dafür muss ich unbedingt die Tage jetzt mit heute oder morgen mit dem Metro fertig werden, habe ich schon zum Verkauf gestellt, weil weit ist Zeit zu gehen, bevor es nicht fertig ist. Du siehst sie nicht, du nicht sehen kannst. Rot, gefährlich! Okay, Scharfschützengewehr lasse ich jetzt, wie gesagt, ich brauche die Pumpkan mehr. Oh, ich kann ja nur so. Oh Gott. Obwohl, ich hab ne Idee. Das dürfte doch jetzt klappen, oder? Ja, klar! Penner, folg mir hier runter. Ich bin nix. Oh Gott. Komm, 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 komm. Wir müssten doch alle bald. Hat es noch welche? Ne. Das haben wir alle. Jetzt holen wir unser Gewehr wieder. Und somit auch Munition gespart. Die Waffe an sich ist sehr geil. Sehr leise. Sehr stark. Zerwind-Munition dabei. Geh. Ingenieur. Nichts. Okay, jetzt kann ich hier irgendwie runter. Ich hoffe, dass das Dessy hier runter kann. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Fuck. Das weiß ich nicht. 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 Da woanders ist. Da. Dann da. Where's'n twin. Da. Das war's. Ja, jetzt fickt euch doch so viel. Könnt ihr mir auch mal Munition geben? Okay, wenigstens ein Medipack. Wie soll ich denn das nicht? Was ist das? Leute, ich muss mal kurz Pause machen. Bis zum nächsten Pack.